Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiele, und ich bin gerade so schnell von Toiletten wiedergekommen, dass ich total außer Atem bin. Ich habe auch echt einen langen Flur, ja, gefühlt zig Meter lang. Nee, ich bin zwar froh, hier in dieser Wohnung zu leben, das ist wirklich eine schöne Wohnung, eine Zweiraumwohnung, wo beide Zimmer tatsächlich gleich groß sind in etwa, und die eine hat sogar noch eine Küche drin, also so eine offene Küche, so amerikanischer Stil so, richtig cool, so, 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 das war es jetzt aber auch. Das dazu, zu meinem heutigen Tag, nee, heute geht es um das Thema ruhige Hand, also ruhige Hand in 30 Sekunden, habe ich ja geschrieben, und es stimmt einfach, also ich habe für mich herausgefunden, wie ich schnell eine ruhige Hand bekomme, um auch effektiv zu beschneiden, zum Beispiel, ja, also beschneiden, nennen wir ja, wenn wir zum Beispiel mit einer Halskörperwalze oder auch Maus, umgangssprachlich genannt, an der Wand lang beschneiden, also sozusagen an der Wand lang rollen, in den Ecken, in den Ixeln, das Ixel ist zum Beispiel, ein Ixel ist da, wo sich Wände und Decke treffen, zum Beispiel, oder wo sich zwei Wände treffen, das ist auch ein Ixel, und ja, da rollst du sozusagen lang, oder machst das halt, machst das Ganze halt mit einem Pinsel, wenn du die andere Wand zum Beispiel nicht beschmutzen möchtest, dann gehst du in der Ecke lang, und, oder wenn du eine gerade Linie an der Decke ziehen möchtest, dann machst du es in der Regel auch mit einem Pinsel, und das nennt man halt beschneiden, und wie du beim Beschneiden eine ruhige Hand hast, dass du auch wirklich einen geraden Strich ziehen kannst, dass du voll konzentriert bist, das verrate ich dir heute in dieser Podcast-Folge, und ich habe mich einfach mal hingesetzt, habe mir mal gedacht, im Prinzip habe ich mich gar nicht hingesetzt, ich habe während der Arbeit, während des Beschneidens auch schon so gedacht, ey, vielleicht kannst du das ja den Leuten, den jungen Leuten mal weitergeben, weil ja doch die einen oder anderen vielleicht ein paar Probleme damit haben, ruhige Hand zu bekommen und nicht zu zittern beim Streichen zum Beispiel, oder einmal so einen Huckel drin zu haben beim Streichen, ja, das ist natürlich immer so eine Sache, am Anfang war das bei mir auch so, da bist du ja noch nicht so richtig in Übung, du probierst dich aus, und dann sollst du mal was beschneiden, zum Beispiel mit einem dunkleren Ton auf einer helleren Wand, und du hast dann aber eine helle, fertige Decke, ja, und dann huckelst du einmal so lang, also verrutschst einmal, und dann musst du wieder trocknen lassen, wieder ausbessern später, oder angleichen, und das ist halt unheimlich ätzend, und deswegen habe ich für mich das dann irgendwann angeeignet, so diese paar Schritte zu machen, und heutzutage ist es wirklich so, dass ich diese Schritte unterbewusst umsetze, und beim letzten Mal habe ich mir das halt so bewusst gemacht, okay, ja, kannst du vielleicht diese Schritte auch in ein paar Punkte zusammenfassen, und es den Leuten irgendwie einfach weitergeben, und ja, ich glaube, das ist mir gelungen, also die Schritte habe ich zum Beispiel schon mal rauskristallisiert, habe die mal aufgeschrieben, das sind insgesamt vier Schritte, und da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber ja, das meiste kann man sich denken, das meiste kann man eventuell, falls du noch Fragen hast, bei mir erfragen, oder bei anderen Meistern, vielleicht auch der Meister in deiner Firma, und ja, lass uns damit einfach mal anfangen, also wenn du zum Beispiel freihand beschneidest, also du nimmst den Pinsel, und du sollst jetzt eine andere Wand lang oben im Deckenwand-Ixel beschneiden, so dass du die Decke nicht triffst, ja, also du gehst, ihr habt eine glatte Wand, eine glatte Decke, und du sollst in der Ecke beschneiden, freihand, weil ihr das vielleicht in der Firma so macht, wir würden zum Beispiel auch zum Teil abkleben, wenn es möglich ist, es auch wirklich gerade abzukleben, ob wir da einen Laser nehmen oder so, das muss man immer auswägen, ja, ob die Decke gerade läuft oder ob die einen Huckel aufweist, das muss man immer gucken, ja, aber so grundsätzlich, du willst jetzt einfach irgendwas beschneiden. Dann brauchst du natürlich dafür einen Pinsel und Farbe, und dann tust du ihn nur so ein bisschen spitzen eintauchen, ja, und dann musst du ihn ein bisschen einarbeiten, dass der auch wirklich gesättigt ist mit Farbe, also der ist voll mit Farbe, und dann stetze ich zum Beispiel auf die Leiter, und dann atmest du erstmal tief durch, weil du hast irre viel Stress meistens auf Baustelle, zumindest auch unterbewusst, dass du wirklich flach atmest, also so, ja, das ist so ein ganz, ganz flaches Atmen, vielleicht hast du es gerade gehört, und manchmal finden wir uns ja in alltäglichen Alltagssituationen so vor, dass wir uns auf einmal kurz bewusst sind, oh, wir atmen ziemlich flach, wir haben ziemlich wenig Sauerstoff im Verhältnis so, zum tiefen Durchatmen, und dann atmen wir mal kurz tief durch, haben gut Sauerstoff im Blut, und dann kann es auch weitergehen. Und jetzt machen wir das ganz bewusst so, ja, du weißt jetzt, du wirst was beschneiden müssen, du brauchst dafür also eine Menge Sauerstoff sozusagen im Blut, und du brauchst einen niedrigen Blutdruck, ja, also atmest du einmal tief durch, nochmal, ist übrigens auch ein Geheimnis, oder ist nicht ganz ein Geheimnis, aber es ist halt so ein cooler Effekt, wenn du beim ausatmen kurz anhältst, also anhalten, anhalten, ja, also so, dass du immer, wenn du eingeatmet hast, mal kurz anhältst, vielleicht bis drei zählst, und dann wieder ausatmest, und zwar wirklich so, dass du keine Luft mehr in den Lungen hast, du kannst einfach keine weitere Luft mehr ausatmen, dann zählst du wieder bis drei, und dann atmest du wieder ein, und dadurch wird dein Blutdruck richtig schön gesenkt, dass du gleichzeitig Stress abbaust, ja, du hast keinen hohen Blutdruck mehr, du hast keinen Stress, dass du jetzt zitterst, und du weißt nicht, was du als erstes machen sollst, sondern du fokussierst dich direkt auf das, was du tun musst, oder was du tun willst jetzt. Und das ist das Beschneiden, und dafür brauchst du ein gewisses Stresslevel, was halt niedrig ist, damit du keine zitternden Hände bekommst, und damit das auch wirklich gut aussieht am Ende, ja, also du atmest tief durch, vielleicht machst du das Ganze dreimal, also ein, aus, ein, aus, ein, aus, so, dann nimmst du hier den Pinsel, und dann Punkt Nummer zwei, also Punkt Nummer eins, tief durchatmen, Punkt Nummer zwei, Fokus auf die Stelle, du fokussierst dich wirklich nur auf die Stelle, die du gerade bearbeitest, nicht an, du denkst nicht an die, die du noch bearbeiten musst, ja, du denkst nur an die und guckst nur auf die, die du gerade bearbeitest, du guckst also auf den Pinsel, und du guckst nicht nur auf den Pinsel, weil, wenn du nur auf den Pinsel guckst, dann findest du dich vielleicht auch kurz auf der Decke wieder, ja, sondern du guckst, wo willst du hin, wo willst du lang, und dann guck einfach, wenn du den Pinsel zum Beispiel von links nach rechts führst, dann guck auf die Stelle, die, ähm, kurz vor dem Pinsel ist, also im Prinzip guckst du die ganze Zeit die Linie an, die du am Ende schaffen möchtest, so einfach ist es gesagt, ja, und dann konzentrierst du dich wirklich nur auf die Stelle, so, dann fährst du sie lang, und dir wird auffallen, dass du vielleicht den Atem anhältst dabei, ja, also mir ist das zum Beispiel selber erst relativ spät bewusst geworden, dass ich, wenn ich mich bei irgendwas extrem konzentrieren muss, weil ansonsten zu viele Nacharbeiten stattfinden müssten, damit das Ganze wieder schön aussieht, und dass es auch gleich beim Anfang sitzt, ist es mir aufgefallen, dass ich den Atem unterbewusst anhalte bei so den Sachen, und das ist mir dann bewusst geworden, wenn ich fertig war mit dem, mit dem Beschneiden, ich hab den Pinsel abgesetzt, es ist keine Gefahr mehr da, dass ich dann tief durchgeatmet hab, und da hab ich mich dann irgendwann wieder gefunden, das ich dann irgendwann so gemacht hab, und ein Kollege hat zum Beispiel dann auch mal aufgeschaut, hat mich auch beim Vorbeigehen mal angesprochen, warum schnaufst du so, beziehungsweise warum atmest du so tief durch, wirst du alt, ja, da ist mir dann auch bewusst geworden, ja, irgendwie bekomme ich manchmal nicht so wirklich Luft, oder beziehungsweise ich vergesse manchmal das Atmen, total unterbewusst, dann muss ich mal kurz tief durchatmen, und da hat er gesagt, ja, stimmt, das hab ich auch, wenn ich mich großartig konzentrieren muss, und da ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, ja, okay, dann stimmt das, bin auch nicht der Einzige damit, dass ich mich dann wirklich beim konzentrierten Arbeiten so doll fokussiere und so doll konzentriere auf das, was ich tue, dass nicht schief gehen darf, dass ich automatisch den Atem anhalte. Und das kannst du zum Beispiel auch, ja gut, wenn du jetzt zum Beispiel Call of Duty oder irgendwie sowas damals gespielt hast, Counter-Strike, online, ja, wo es sozusagen echte Gegner gab, da, und da, ich kann jetzt nur davon erzählen, ich war jetzt nicht wirklich in der Bundeswehr drin und so, und hab das gelernt, aber selbst beim Spielen, selbst beim Spielen findest du es doch wieder, dass du sogar einen Knopf drücken kannst, dass der Sniper zum Beispiel den Atem anhält, dass du auch exakt zielen kannst, ohne dass er wackelt, ja, ansonsten, wenn du gezielt hast nur, dann wackelt der so rum, weil er halt atmet, kann er halt nichts für, dass er atmet, muss er einen machen, sonst stirbt er irgendwann, aber ja, dass du halt kurz den Atem anhalten konntest, dass du exakt zielen kannst, und im Prinzip kannst du das aufs Maler- und Lackierer-Werk auch sehen, sodass du, wenn du beschneidest, dass du den Atem automatisch anhältst, oder du machst es halt gleich bewusst, ja, bei mir ist es irgendwie unterbewusst, aber ich hab's halt, ja, mir versinnbildlicht, okay, ja, stimmt, okay, das mach ich wirklich, und vielleicht kann man das ja auch bewusst für sich nutzen, und während du dann den Atem anhältst, dann beschneidest du, setzt wieder ab, atmest mal kurz tief durch, und dann ist der Stress auch wieder weg, und dann konzentrierst du dich wieder, tunkst den so ein bisschen ein, nur die Spitzen, und wenn du den vollsiffst zum Beispiel, und der hat abstehende Haare, das ist kein nagelneuer Pinsel, sondern er hat so abstehende Haare, dann kommst du auch automatisch an die Decke und so, deswegen, damit du das zum Beispiel auch vermeidest, schneide zum Beispiel überstehende Härchen, die du nicht mehr wieder durch Farbe zurückbiegen kannst oder so, schneide die ab mit dem Cuttermesser, nicht zu viel, sonst ist der ganze Pinsel weg, sondern konzentrier dich wirklich, mach nur die überstehenden Härchen weg, sodass du wirklich einen schönen gebundenen Pinsel hast, und dann tauch wirklich nur die Spitzen ein, maximal bis zur Hälfte, wenn du so grobe Sachen machen möchtest, ja. Ja, und wie ich bereits gesagt hab, dann Schritt Nummer 4, Pinsel absetzen und tief durchatmen. Dann ist der Stress weg, wie gesagt, und das sind so die vier Schritte von meinem Beschneiden, beziehungsweise von, wenn ich irgendwas beschneiden möchte, wirklich präzise und exakt, dann arbeite ich so, und dann wirst du tatsächlich von manchen Kunden auch angesprochen, die zum Beispiel gerade hinter dir stehen in dem Moment, Mann, haben sie eine ruhige Hand, oder da muss man ja für geboren sein, dass man so eine ruhige Hände hat oder so, ähm, leider nein. Also was heißt leider? Es kann halt jeder heutzutage eine ruhige Hand haben, es ist so, ja. Du brauchst einfach nur einen Fokus, ein Ziel, ja, soll zum Beispiel ein gerader Strich sein, du brauchst ein Ziel, du brauchst diesen Fokus, und dieser Fokus entsteht durch Konzentration und niedrigen Blutdruck, also durch, ähm, keinen Stress. Und wie schaffst du dir Stress ab, beziehungsweise wie baust du Stress ab? Du atmest tief durch. Und das nennt man dann zum Beispiel eigentlich auch Meditation, in wirklich kleinem Maße, ja, also das, was ich jetzt mache, ist hier keine 30 Sekunden Meditation, sondern, also könnte man eigentlich auch so sagen, mal an nichts denken, aber in dem Sinne denkst du an was, und deswegen ist es jetzt noch nicht wirklich in dem klassischen Sinne eine Meditation, sondern es ist einfach Stress abbauen, dass du dich auch fokussieren kannst auf deine Arbeit. Ja? So, das wären diese Schritte. Ich kann sie dir gerne nochmal aufzählen. Punkt Nummer eins, tief durchatmen. Stress abbauen, Blutdruck senken. Das ist es, was du mit tief durchatmen erreichst. Tief durchatmen in dem Sinne von ein, anhalten für drei Sekunden, aus, anhalten für drei Sekunden. Und das machst du dreimal, ja. Dann Punkt Nummer zwei, Fokus auf die Stelle, also Konzentration auf das, was du machst. Punkt Nummer drei, Atem vielleicht automatisch anhalten, wie ein Sniper sozusagen, und dabei beschneiden. Und Punkt Nummer vier, Pinsel absetzen und tief durchatmen. Das ist es. Und somit fahre ich in eine echt gute Linie. Und das wird dir im Meisterkurs übrigens ungeheuer zugutekommen, weil du dich da auch viel konzentrieren musst. Wenn du zum Beispiel gerade Striche ziehst und machst gerade Graumalerei vielleicht, lernst du da, das ist Grisee, nennt man im Französischen, ist Graumalerei. Da brauchst du so mindestens fünf verschiedene Grautöne, Graustufen. Und dann konstruierst du zum Beispiel Säulen oder so, die du dir vorher mit Bleistift aufmalst. Dann legst du die aus, machst vielleicht eine Steinoptik mit drauf und dann legst du die so aus, dass es wirklich am Ende so aussieht, als ob es eine 3D-Steinsäule ist oder ein, zum Beispiel ein Stuck oder eine Leiste oder so. Du deutest damit Schatten an und dafür brauchst du wirklich nurige Hand, weil ansonsten, wenn du da ein paar Fehler machst, dann sieht das am Ende auch nicht wirklich 3D aus. Und das kommt dir dann ungeheuer zugute, wenn du diese vier Schritte anwendest. Es sind wirklich im Prinzip wirklich einfache Schritte, die aber über Jahre zusammengearbeitet sind, die man nicht so bewusst wahrgenommen hat bis heute, finde ich. Also ich kann das für mich sagen, habe die bisher nie bewusst wahrgenommen bis vor ein paar Tagen. Und ja, sich dessen bewusst zu sein, wie das Ganze abläuft, ich glaube, das hilft schon vielen dann, also auch vielen anderen dabei, das früher auch zu beherrschen. Deswegen gebe ich es dir zum Beispiel auch weiter. Deswegen, wenn du Leute kennst oder du selber, ja klar, aber wenn du Leute kennst, die damit vielleicht auch ein Problem haben, dann teil diese Podcast-Folge oder vielleicht weitere Podcast-Folgen einfach mit denen, dann hilfst du denen. Die werden dir unheimlich dankbar sein und wir können eine unheimlich schöne Community werden, die sich gegenseitig unterstützt. Wenn du irgendwie Fragen hast oder so, schreib mir gerne auf Instagram unter malerwissen-tide. Schreibst du mir persönliche Nachrichten und kannst mir da deine Fragen oder andere Sachen gerne stellen. Ich antworte so gut ich kann auf jeden und gebe dir da gewissen Mehrwert natürlich auch mit, antwortet ihr auf alles. Ja, auf jeden Fall danke, dass ich diese Podcast-Folge machen durfte. Ich hoffe, sie kommt auch gut bei dir an. Falls du vielleicht wirklich ein Problem damit hast, dann freut es mich, dir damit vielleicht helfen zu können. Und ansonsten wende es an und gib es gerne weiter. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.